Gehtschi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play, Sietschafts-Helter, Grease of Soul. Was habe ich mit Grease of Soul? Das ist Super Mario City World. Oh man, ich bin wohl immer noch dabei. Macht immer auch viel Spaß. Aber ich glaube, ich werde da lieber mal Peach nehmen. Mit Peach komme ich nie besser zurecht. Luigi ist... Ich mag Luigi ja sehr gerne. Aber... Kann ich in die Person hören? Ich glaube, ich habe die Person zu sehen. Weil Luigi ist ja halt... Er ist halt ziemlich spürt. Und auf der Eins... Hm? Okay. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Ach, das ist ja geil! Das ist ja geil! Also das ist ja echt geil! Ne, ich habe jetzt... Ach, das ist ja geil! Ach, das ist ja geil! Und... ja... Ach, was ist die Meinung, wie ein Tochter? Ist auch interessant, dass nach... Wenn man mehrmals totgegangen ist, tatsächlich mal ein Item bekommt. Und äh... Die habe ich ja schon. Ah, ich wollte da hinten hin. Äh, das... Okay, können wir nochmal da machen, aber dann werde ich jetzt mit Peach wechseln. B... Hallo! Let's go! Äh... Was war das? Ach se, meine Ahnung, da ist ja ein Geheimnis. Äh... Ja... Wäre ja schön... Wirklich... Oh... Ne, Feuerblumen bringen ja nichts. Irgendwas... Ich kann mir gut vorstellen, ich sehe noch irgendwelche Geheimnisse es gibt. Irgendwie zum Beispiel da oben. Und wie soll ich da hochkommen? Wahrscheinlich hochklettern. Und noch... Schade, dass ich, äh... diese Boos irgendwie platt machen kann. Wow! Oh! Ja, das... Ja. Wie süß... Wie schüchtern die sind! Das ist ja auch so ein Amiibo-Figur mal von denen holen. Äh... Toll. So... Okay... Peach gibt in Wassen, das war es vorher so und hier in Stöckelschuhen. Ähm... Dann geh ich nochmal da rein, da war ich ja schon. Ach so, immer einer, das kann sie auch. Und da guckt kein solches Gespenst. Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit dahin? Natürlich nicht. So... Hä? Hä? Ach... Sag mir doch mal einer, dass die Dinger schweben können! Äh... Das ist ja gut zu wissen! Hä? Ich dachte, hä? Wieso da einer... Shake-Tornado? Na ja, der Film ist... Oh, die... Ist wohl Kult, obwohl ich mich ernsthaft frage. Ähm... Was ist da denn so Kult? Das ist eigentlich Schund, aber... Naja... Jeden das Seine... Jeden das Seine, aber... Ich bin nun mal davon nicht zu... Äh... Oh! Ich bin nicht dafür zu haben. Oh! Eine blume Feuerblume! Lua! Toll! Ich muss aufpassen, dass ich... ein bisschen zu Zeit aus den Augen verliere. Und du könntest mal so nett sein, Buu, und mir nicht so auf die Pelle rücken, okay? Das wäre mal... Einfach mal nennen... Was war das? Das... Das war doch... Das war doch eine... Oh! Okay! Okay! Ja, toll... Das sind Fans von Peach. Ich bin so schüchtern, dass sie sich nicht mit mir abgeben wollen. Äh... Ich glaube nicht... Ah! Ja, Uwo! Alter, ich sehe nichts! Bitte hau mich nicht! So nach dem Motto, oder wie! Bitte hau mich nicht! Ach! Ach! Ich fall ja immer wieder drauf rein! Uah! Komm, komm, komm! Oh ja! So fühle ich mich wieder doch eng geil! Aber es tut mir richtig gut, mal das Spiel zu spielen! Ich bin natürlich... Ich kann es stressen mit! Ich grüße es auch so weit! Und... Und... Ich hätte es schwimmen können, da war ich... Ist hier doch... Das da hier irgendwie ein Sofa war und... Äh... 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 Ja... Also ein Sofa, der mich irgendwo... So... Okay... Komm rein! Und die Zeit holen wir uns noch! So... So... Ich freue mich, ob das hier eh ein dezenter Hinweis sein sollte! Oder warum sehen wir hier so einen Buh so halbwegs durchschimmernd? Oh ja... Hi Buhs! Äh... Da ist es doch! Jaja... Jetzt lasse ich Zeit wieder! Äh... Da muss ich mal hin! Okay! Die haben es falsch, die Buhs! Aber die waren so nett, dass sie mir den Stern gegeben haben! Und jetzt... Ähm... Ja... Leute! Och komm! Wie soll ich denn da entkommen? Äh... Ach so! Das war kein... billiger Kleben! Ach so! Ach so, das... Das war also beim ersten Mal nicht irgendwie ein Anraddurchgang, sondern das... Äh... Sondern das war ein Verarsche von denen! Okay! Kann er mitleben! Kann er mitleben! Kann er mitleben! Kann er mitleben! Äh... Äh... Nehmen wir mal das! Nein! Entschuldigung! Okay... Ach so, ich kann da mehrere... Joa... Mit Katzen... Als Katze kann man halt klettern! Deswegen nehme ich ja gerne die Katze! So... Speichervorgang! Und dann beenden wir mal den Part, Leute! Und in den nächsten Part gehen wir in den Schloss rein! Also... Zieh mal daneh! Bis Geldלי. Verschüss!